Wenn ich da krank bin, dann bin ich immer ne Frostbeule War ich auch gern Am ersten Tag war das echt extrem schlimm Gestern auch, ich hab Wohnzimmer zugemacht Zwischenzimmer und Schlafzimmer zugemacht Ey der Flur, gehst da raus so BABABABABABABAB Warte so, jetzt gehst du sterben ey Warte kälte Ich hab noch nicht mal Fenster zugemacht Ich hab gar nicht Fenster zugemacht oder nicht Der mach ich hier auch nicht Naja BABABABABABAB BABABABABAB Es kommt bei meiner Musik BABABABAB Es ist noch Copyright Gaming Musik Merуда Sonic overwhelming tö ben Jump 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 Dort Oh man hatja Ja der steht auf dem Steg Alles klar Wir werden dir jetzt Freunde sein ich vermute mal wir müssen von jedem portal was jetzt gestellt worden ist noch mal ein portal weiter jetzt dann wird kupfer definitiv sein kann ich jetzt schon sagen nur halbe stunde kross die ärzte können weg immer noch mehr dazu die öffen werden noch mehr ich habe es jetzt erstmal nur pravisorisch gemacht aber läuft noch gut wenn ich eine kiste reingucken strom läuft ja ja die frage ich bräuchte wenn salz umsetzen die regale mit hast du schon gemacht das ist aber das ist ein kühlschrank eigentlich ein bisschen eumel wenn der nächste mal mehr platz war wie fit einfach so hauptsache übertreiben da kann ich das gleich noch herstellen aber das wollte ich gerade machen aber ist ok übrigens hier habe ich diesen anders reingesteckten ach so ja wo kann es sagen ich habe irgendwie nur vier Eimer rausbekommen den rest wollte er mir nicht rausbekommen ne der hättest du noch weitermachen müssen ist ok ging nicht ich habe immer Eimer reingesteckt aber das ist halt gar nicht ne ne du hättest äh der Eimer war nicht voll aber der hättest vielleicht noch warten müsste bis die nächste Eimer fertig aber ist egal sonst hat er immer gleich gemacht ne war ja bestimmt noch nicht genug drin ne sonst hat er immer sofort gemacht ja nein er war noch nicht er konnte noch keinen Eimer voll machen weil er nicht genug flüssigkeit mehr im tank hatte rechts doch hatte er da war noch genug drin ah ist so egal ist egal jetzt machen wir erstmal das mit dem laser scheiß obsidian 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 du hast du gesagt du hast noch obsidian ne draußen ja bei mir im back oder was ja klar stack nein ich brauche keinen stack ahnung zehn stück ne brauchen wir ein bisschen mehr sechs vierzehn stück ja übertreibt doch nicht hallo sechs ne so viel brauche ich doch nicht ja fick dich dankeschön freu doch jetzt tue ich mal weg tun hier tue ich nicht hab ich wir wollen mal ein bisschen bequem machen wir noch ja kenne ich irgendwer na laser hab ich hab ich gold so kann man den wieder aufzocken so kann man den wieder aufzocken aber aber warum machst du das was das darfst du doch nicht das darfst du doch nicht machen zwei drei immer noch vier laser table toll das einzige was ich eingepackt habe sind steine hat es ist stainless es kommt jetzt genau es ist made of funny alles klar was sagt er jetzt shiny etchipf mensch hast du da bildkraft bildkraft auch so time for some logic ja schon verloren bei mir ich und logik naja was ist das was ist das trinket laser warum hat hier ne kuh in meinem feld ey weiß ich nicht das sind buggy kühe du bist ein buggy schwein jetzt habe ich chunkbist teuer als alter seid ihr denn bescheuert ja stimmt ich musste ja ne ja da war ja was wegen account und so okay ist auch fertig den brauche ich aber noch nicht aufbauen weil ich noch nicht genug strom dafür habe das ist ein problem hier hier krieg grad oberhält anspruch von youtube wieder auf spellfoss folge 4 auf folge 4 warte mal habe ich davon eine playlist erstellt äh und gewann eine playlist playlist schau gerade mal ne 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 der erste playlist war mega projekt ne 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 wie kann man sich bei sich denn eigene videos suchen wie ging das denn immer da eingeben den namen da spellfoss wird geladen ich habe spellfoss eingeben und spuckt mir alles andere aus du kleiner mother fucker du kleiner mother fucker spuckt mir doch den ganzen Mist raus den ich habe hm du sollst mir den ganzen Mist raus spucken den ich habe von spellf weißt du ich geb spellfoss einer und geb mir alles andere was ich habe ja von einem der guten spielen du hast auch nicht die gleichen texte den noch das würde ich doch niemals machen nein tu doch nicht ne ja das muss auch schon lange her sein guck mal wie ich jetzt schon sehe ein mega projekt war vor vor drei jahren ja so lange kehren wir uns jetzt schon das ist schon schlimm das ist schon schlimm suchen ah habe es gefunden spellfoss alter wie viele folgen habe ich denn davon gehabt keine ahnung spellfoss ist auch schon drei jahre ja sogar mehr als drei jahre ja gehen wir auf folge vier zurück das dauert mir eben ein bisschen da gab es aber auch noch Aufrufe was existierte dann noch ja ja kann sein dass es sogar schon fast naja nicht vier jahre aber Ende des jahres sind es vier jahre ja kann man so sagen krass was eine bescheuerte zeit warum war ich nicht war ich nicht Steak & Chips ne das muss ja nicht um wo Steak & Chips Boah Steak & Chips gibt es drei Hungerkeulen drei feste und äh fast alle gelbe hohen mein allererstes projekt war minecraft singleplayer na siehste ähm die allererste folge ähm die allererste folge ähm meat feast pizza alter es gibt fünfen das wird nur eins deckbar sein definitiv wenn man überlegt 5.02.2017 sind das fünf jahre schon bei mir mhm schon heftig das ist schon krass Reis asienreis dafür brauche ich Weizen toll es gibt energy drinks mit redstone alles klar jelly epic ach ja stimmt epic bacon war ja mit allen Farben na hab ich das zwischendurch auch noch mal weiter gemacht gerne ja such an a brat ne doch nicht onion ketchup boah sind wir ein paar tomaten hier 71 aufrufe ja damals war es schon krass noch ne die nehmen zu amalur was ich nie fertig gemacht habe spellforce habe ich damals auch nicht fertig gemacht aber da weiß ich auch warum da hatte ich nämlich nen bug das habe ich am 19.02.2012 angefangen viel zu lange viel zu lang eher viel zu lang eher das ganze oder mehr zu mehr zu machen marblesirup ich habe sie das am meisten das projekt ich habe es dieses minecraftian gewählt ich habe das marble marblesirup Marblesirup Oh, ich glaub da auch noch folgen wann das Es müsste ja Marble Bäume geben, ne? Kann das sein? Was? Ich brauche Marblesirup Okay What the fuck? Das Marblesirup Team, das Projekt hat über 400 Freunden Ja Leute, wir hören uns an, wir wollten doch mal auf die Palette schauen